Ich wollte gesagt, dass der Kuisine, der Koch, der jüdische Küche, es ist nicht nur das, was man isst, es sind auch alle Vorstellungen, die haben zu tun, mit was man isst. Ihr wisst, mein Doktorat ist in Vorstellungen-Limudien, das ist ein Limud, was hat zu tun, sei mit Texten, sei mit Vorstellungen, und die Vorstellung ist allein ein Text, weil man kann von dem verstehen, wie ein Mensch bezieht sich zu essen. Ich bin einmal gegangen einkaufen mit zwei Freunden von den Bargiden, sie riefen sich die Bargiden, sie seien von Kafkas und Mairiv, Grosia. Und sie sind immer gegangen in ein Katsiv, ein Fleischgeschäft. Und anstatt der Heuchentumbank mit Gloss ist die Fleisch gelegen auf den Tisch, an einem offenen Tisch. Und die Frauen haben getappt, die Fleisch auszugleichen, was sie wollen. Und das ist eine ganz andere Beziehung zu Fleisch, wie das mit etwas in Zimmerbequem, in moderne Geschäften. Und ich bin allein ein Vegetarier, versteht sich, mir ist das gewesen, mir ist das gewesen ein bisschen schwer. Und zum Sof habe ich gebeten beim Katsivar-Rezept, ein Quid, und er hat gerissen ein Stück Blutigpapier von dem Tisch und etwas geschrieben auf dem und gesagt, das ist auch die solchen Parkway-Rezept und das mir gegeben in die Hand.